... ... ... ... ... Es ist eine große Herausforderung, die sich für die Auslösung und die Auslösung auf die Auslösung auf die Auslösung. Das ist Christoph Groly, der Gierk Lepelirn, das erinnert. Der Gierk ist Nazely Avetisyan, der Schirak-Petakon-Hämmasarant. Der Gierk ist der Katholik-Hämmasarant. Der Gierk ist für die Schirak-Petakon-Hämmasarant. Der Gierk ist der Gierk. Der Gierk ist der Gierk. und der Gierk. Der Gierk, der Gierk. Der Gierk. Das ist die Möglichkeit, die ich mit mir nicht mehr als einigen. ... ... ... ... Wir werden das eine Art Foto finden, wenn wir das eine Art Foto für die Möglichkeit haben. Wir wollen die Art Foto finden. Also können Sie eine Art Foto finden, wie wir die Art Foto finden. Wenn Sie einen Art Foto finden, dann kann sie ein Art Foto finden. Das ist eine Art Foto, wie wir den Art Foto finden. Wenn man ein Art Foto findet, dann kann er ein Art Foto finden, Ich weiß nicht, wie ist das dein Ziel? Aber ich habe das Ziel, dass die Zielgruppe der Zeit und die Zielgruppe zu erinnern, die Zielgruppe. Und das Ziel ist es, dass wir viel zu viel, und das Ziel der Zielgruppe sind wir, dass wir die Zielgruppe und die Zielgruppe sind. Alles klar? Vielen Dank. And I think the most important one here would be the program level. And what kind of assessments do students expect from the program level? And my experience is they don't have any expectations to the assessment because they don't know about, still I'm talking about my countries, they don't know about program assessments. What they expect is that they enter a program that will qualify them for a future because they invest time and sometimes money, depending on whether you pay fees or not. So they don't care about assessment, but they expect high quality. After a while, when they get used to the university, they learn about course evaluations, for example. And there, what they expect is that they can give back the feedback. But not only that, they expect that their feedback is being used and they see a result in the development of the quality. And the same, I think, would apply to the program level. If you look at the outcomes, that's what's interesting to the employers. They would want to see improvement if they get feedback. And the important thing for the university, the high education institution, I believe would be to include both students and employers and of course the teachers in developing their programs based on the assessments. Okay. That's right. Okay. 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 That's right. Okay. So, I'll talk about that. Okay. So, I'll talk about that. Okay. Well, I'll let you know. und die Internet-Sachmung ist sehr glücklich. und im ist es das für uns, dass wir jetzt die Menschen in diesem Bereich haben, dass wir, dass wir die Menschen mit ihr in diesem Bereich tragen, dass sie die Menschen in diesem Bereich anstattet haben, wenn wir uns der sie mit ihnen kennenlernen können, dass die Menschen in diesem Bereich einen persönlichen Bereich aus dem Bereich, dass sie sie mit ihren Beitrag lieben wollen. Das ist ja, dass sie die Menschen anstattet. Und wenn er ein Lust auf ein medienes Bildern kommt, ist es eine interessante Demonstration. Die Frage ist, dass wir uns nicht verhalst cho die Bildern. Wenn die Bildern. Die Bildernung wird es der Bildern. Der Bildernung, die Bildernung und die Bildernung sind Das Wort hat bei mir. Es gibt ja eine sehr unfeilige Musik. Das geht's mir richtig anti. Es ist wieder unfeilig. Es hat ein paar Jahre lang, die ich so gemacht habe. Es ist die Frage, dass das eine gute Frage ist. Aber die Frage ist mir richtig wichtig. Was soll ich als Menschigen das �arsom? Was soll ich sagen? Was soll ich als Menschigen das? Das im backups ist nicht der Zeit. Ich habe die Hand und ich bin der Ohrenge in die Hand. Ich bin der Zeit, dass die Handküren der Zeit nicht so gut gemacht sind. Wenn du ihn mit einem anderen Zeit ist, der wir uns einen einen eigenen einen anderen Tag mit dem Zweck. Also, du hast du mit dem einen anderen Tag anglipp- Ja, du hast dich aus. Ja, ja, ja… Du hast es einen schönen Tag. Ich habe es einen schönen Tag. Wir haben einen schönen Tag, in diesem Tag. Ich habe es schon gesagt, dass ich einen Tag. Und ich frage mich, dass ich einen Tag mit dem anderen Tag Ich habe eine Art und Weise, dass ich eine Art und Weise, dass ich eine Art und Weise, Ich möchte ein kleines Erwerks-Geräusch und ein kleines Erwerks-Geräusch, dass ich heute mit dem ersten Teil der Erwerks-Geräusche, die die Erwerks-Geräusche und die Erwerks-Geräusche, die ich in den nächsten Jahren. Und ich möchte mich, dass die Erwerks-Geräusche die Erwerks-Geräusche ist. Ja, ich sage Ihnen, dass Sie ein Konferenz mit mir, dass Sie die Erwerks-Geräusche, dass Sie die Erwerks-Geräusche. Ich will mich nicht mehr beantworten, Herr Riesk. Ich will mich nicht mehr beantworten, Herr Riesk. Ich bin der Zangebünder, dass ich mich nicht mehr beantworten. Ich bin ein bisschen mehr beantworten, dass ich nicht mehr beantworten. mit dem ich einige Nutzung, der hat andere Weise question von einer anderen Nutzung die wir mit dem einen Nutzung. Wir brauchen das Nutzung, daher kann die Nutzung nicht alles so dass man einen Nutzung einen Nutzung. Das hat der Nutzung den Nutzung mit einem Nutzung für Nutzung. dass die Verkaufung nicht wachsicht, dass die Verkaufung nicht älter Zeit, dass die Verkaufung nicht weitervergesehen werden, dass die Verkaufung nicht immer wieder sind. Ich habe eine solche Verkaufung, weil ich mich nicht unbedingt zum Beispiel die Verkaufung, nicht mehr als ob er ein gewiss, sondern eine andere Art Art, dass die Verkaufung, dass die Verkaufung, die Verkaufung, wenn ich etwas zu verabschieden, dass das noch ein neurales, das wir so klein waren, sondern das wehracke auch. Und das Selbstverständlich ist der noch dieses aktive Nachricht. Das hat an vielen Gr bedrooms gesagt, so called, aber ich weiß nicht, was ich ein Kілer hatte. Ich weiß nicht, dass wir ein Kölner im Gesicht gesehen haben, wo wir noch ein Kugelschnik zu tun haben. Wir haben zum Beispiel hier in diesem Haus und nicht so viele kleine Köln, Das ist eine Art und Weise, die ich in meinem Auslandus-Kurzumsehe, und das ist eine Art und Weise, die ich in der Auslandus-Kurzumsehe. Also, wenn ich in der Auslandus-Kurzumsehe, die ich in der Auslandus-Kurzumsehe, dann muss ich... Das ist ja so. Also, warum sind Sie mit der Auslandus-Kurzumsehe? Ich... Das ist ein Mikrofon. Ich habe keine Auslandus-Kurzumsehe, weil ich die in die Feldung im Karsten, Das ist viele, ich und der Sie in die vor, dass die Infehl mit der Auslandus-Kurzumsehe das für Sie? Das ist ein Problem, dass sie denkbar, und das Weltkurzumsehe, dass sie in die Welt der Seeleute kommen und sie im Auslandus-Kurzumsehe, dann kann man sich das, dass diese Auslandus-Kurzumsehe, dann kann manche aussehen, sich umso, dass ihr sie von seinem Auslandus-Kurzum, als er es versucht, dass die Bereiche ich künstler haben, weil die Bereiche der Bereiche die Bereiche ist, wenn die Bereicheier ist. Und dann ist die Bereiche, die das Beste zu verabschieden ist. Genau. Die Bereicheier ist die Bereiche, wenn die Bereicheier ist, die die Bereicheier sind, die die Bereicheier ist die Bereicheier. Daher kann man sich die Bereicheier, die das Besteierier ist. Wenn die Welt klar die eine gewisse, die wir da sind, wenn die Welt nicht, kann die Welt nicht auswählen. Die Welt ist ein wachsend. Die Welt, die es nicht so gut, aber das ist, was wir hier nicht. Die Welt ist ein wachsend. die wir hüben, die wir hier haben. Die Welt ist ein wachsend. Die Welt war nicht, wie wir das, was wir haben. Es gab die Welt, wie es ist. Es war die Welt, der wir uns mit den Hintergrund haben. wenn die dass wir die ... und die Welt des Deutschen und die Amerikanischen Gesellschaft und die Welt. Aber ich möchte, dass die praktischen das ganze Eine Mühle-Word aus ihr die 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 Kirchen wo die 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 Liebeyah undthrough dass sie das so wie die 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 Afgabe warte es gibt wenn du so die 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 ... die praktischen Was ich? Es ist es praktisch oder ist es? Em erhebt, wo man zu sagen, ich sage es. Ich meine, es habe einen dass der Übersetzung der Übersetzung erhältst du? Das ist der Praktik oder ist das? Nein, der Praktik ist der die Frage, die ich mir genau, ich sage, dass ich einen Reinhard und einem Plattformen mit einem Transfer-Sangleich-Kurs, das sie für eine Ausbildung. Das war, was ich mit dem Verlangen habe, dann ist die Praktik, die ich mit der Praktik. Das ist sehr wichtig. Wenn man sich die mit der Kunde einhörst, dann kann man das her. Es gibt eine Art und Weise zu sagen, dass es eine Art und Weise zu sagen, dass es eine Art und Weise zu verabschieden. Insofern, wenn man die Zeitung, die man das nicht verabschieden, weil sie eine Art und Weise zu verabschieden, die man sich in die Zeit verabschieden, und die man sich nicht verabschiedet hat. Das ist praktisch, das ist eine Art und Weise zu verabschieden. Und das ist das, dass man nicht mehr überrascht ist. Ich weiß, es geht nicht einfach, wenn wir praktische gute another-flugge haben, dass nicht die Biberpunkte, und die Biberpunkte ist im Grunde. Und alles ist es wichtig, dass wir heute an dieser Grunde und so etwas interessiert sind. Die Anglerinnen sind viel zu verantworten, wenn wir die Biberpunkte, ein anderer Bericht können und kann die Biberpunkte umgehen. Wir sind mit dem einen großen Verlangen und dem einen großen Buss. Wir sind eine der einen großen Präkts-Görse. Wir sind diese Sprache, dass wir bei einem Sprache und haben wir in den Sprache, es gibt aber die Sprache, dass wir auf den Sprachen brauchen, die die Sprache der Sprache, gehen wir in den Sprache. Wir werden dann sagen, dass wir die Sprache, die Sprache, die Sprache der Sprache, die Sprache ist nicht so. Ich habe eine Sprache, dass die Sprache, die die Sprache ist. und der die 5.000 Euro in München ist es nicht so positiv. Ich 빗 Citier kriegt das Praktita und es gibt praktische Praktik und er gibt es unrunde Machen Es gibt eine Praktik. Ich habe diese Praktik hier in einem neuen Praktik. Ich habe meine Praktik in einem Jahr, um ich eine Praktik im Leben zu tun. Es gibt eine Story, nicht nur, sondern es gibt einen Plan zu tun, dass ihr diesen hohen ihr занимertest und ihr wart synergiert, das sie zu einem anderen Qualifikat zu versorgieren. Aber es ist meine Erfahrung, dass unsere Gesellschaft aufgetauscht sind, dass die Gesellschaft die Bevölkerung und die Gesellschaft auch der humanität den Situationen, dass die Salesforce die Leute so viel wichtig sind. aber auch mit dem Weg, dass es eine große Herausforderung, die er hat, dass die Kinder mit der Buhre anbelangt sein. Es ist aber nicht so, weil es nicht so, dass es in der Schweiz eine große Praxis gibt. Ja, ich bin so, dass die Buhre in der Praxis studiert, weil es eine Praxis ein paar Jahre lang ist, aber es hat sich sogar in der Zeit eine große Herausforderung. Ich möchte, dass die Europäische Zukunft der Welt verfolgt. Ich habe die Geert, die Evangelische-Katholische, Ich bin bei der Kampus-Agent. Ich bin bei der Kampus-Agent. Und ich bin bei der Kampus-Agent-Agent. Ich bin bei der Kampus-Agent. Ich bin bei der Kampus-Agent. Der Kampus-Agent ist ein sehr praktisches. Wir werden nicht direkt beantwortet. Ich komme zurück zu mir. Aber was hat sich gesagt, bei meinem Kollegen auf der leften Seite. Es ist sehr, 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 sehr well-known to me. Because, but I think you raised there, first of all, I like very much your idea about studying is like falling in love. That is a very good idea, but falling in love and getting married is normally for the rest of your life. Studying this for five years, but taking into account lifelong learning, it's also for your whole life. After five years becoming married, it's also to lifelong learning. Yes, yes, yes. But you tackle in fact another problem in higher education in general, and that is the choice that students make. And with my contacts that I have with employers in Flanders in Belgium, they also do not understand why the dropout of students is so high. And one of the reasons why is because students make a bad choice. They are not prepared to make a choice which is, yeah, according to their passion. And the government, in our case, is putting a lot of efforts in doing this, in preparing students to make the right effort. Because it's in their own interest doing this. Because once they choose and once they are enrolled in the university, they cost a lot of money to society. And if then the dropout rate is great, is very big, it is not a good sign. So another word, but that's another another discussion, I think. But another word that I hear very much, and that I hear very often from employers is the word gap. There is a gap between the educational world and the employers, the professional world. And now it changed, of course. But there is all, five years ago or six years ago, there was an image that I was always giving as examples. And I said, when there was an examination at our university, I said, written an examination, I said, look, group work, teamwork is very much appreciated once you are in industry. But please take into account that for this examination, this is not highly appreciated. It is a capacity or a skill or a competence that will be not remunerated in a positive way. Just to show you that the word gap is something that, a word that I heard very often. And I think there are ways to tackle it. And I heard it also yesterday from Paul, universities or vocational colleges should not be, let's say, fully in accordance with what industry is, or employers wish. The universities, they are not machines producing employees, which fit exactly to the needs of, in our case, for example, Volvo cars is a very good example, with whom we cooperate very much, breweries also. But what we should do is try to reduce the gap between the educational world and the professional world and between with the employers. And from that point of view, it is very good that you have, in your university, you have official bodies in which the employers are consulted in your process of curricula review. And with curricula review, I do not, I do not mean only we are going to change this subject or this subject. No, I mean also the way how you teach, the way how you teach, the way how you develop competences. For example, one of the things you can do is invite people from industry to give guest lectures. This is a very, very, very interesting thing, and very interesting experience, both from people, for employers, or people from industry, and then from students. I remember my daughter when she was at, when she was at university, she got three years of hard studying, studying, fighting against deadlines, and learning by hard courses. And then at a certain moment, there was an employer who came, and who gave a course during three or four sessions. And at the end, he said, well, there will be no theoretical examination. And my daughter said, well, how is this possible? How is this possible that I am not evaluated with a theoretical examination? And this brings me back to the idea, to the story of the assessment. Assessment, according to me, needs to have two basic things to start. And that is, first of all, the teacher has to feel comfortable. The teacher has to be in a comfortable position towards his dean, towards his program manager, or whatever. He has to know what are the expectations, what he can do, and what is expected from him. But second, and that is most important, is the student has to be also in a very, let's say, relaxed position. Relaxed in the sense that he should not be doing anything. Not relaxed in the sense that not an effort is expected from him. But at the beginning of the course, the student should exactly know what is expected from him. And in that point of view, the ECTS course unit description, as we have it in our courses, is extremely important. The ECTS course unit description indicates clearly what do, what competencies, what knowledge, what skills do I have to have as a student at the end of this course. Also, the assessment form, will it be theoretical examination, will it be permanent evaluation, will there be teamwork, is extremely important that the student from the beginning of the course knows that. It's important also that the professor acts according to what is in this course unit description. Now, Ruben, you have been waiting a long time for your answer regarding the internships in sausage production and beer production. I come to that now. I just want to indicate that I am coming from the Faculty of Engineering. The Faculty of Engineering Technology is a faculty which has a strong link with industry. But believe it or not, in practice we do not have an internship semester. But that does not mean that we do not have close contacts with industry. So, these students who are doing, for example, their bachelor's thesis or their master's thesis, they do that in very close contact with industry. So, if they develop their master's degree, they do that with mostly alumni, which are very important in this issue also, who have experience in the country and who guide them in the process of doing a master's thesis. And the combination of having a tutor in the company and to have a tutor in the university, according to me, is giving an ideal mix also that students are prepared to the work field. And students have to have skills, abilities. They have to be, I think, a lot of employers, they know that they have to invest six months, even one year, to get the student acquainted with the particularities of the job, the particularities of the sector. They know that they know that they have to invest. But what they want mainly from us universities is that the students graduate with the right skills, competences, attitudes, so that it is very easy for the employer that what they want this graduated student to reach, that it is very easy to do this, taking into account that he has the right skills. I think this is my point of view. And when I was sitting here at the panel in the beginning, I didn't know, I didn't prepare what I would be telling, but now I have the feeling like always that I have been talking too much and too long. So sorry for that. I hope it was somewhat interesting. It was my turn to my toes, I think it's very interesting. The point of view that they have to share with this work. And it gives me a lot of attention to those relationships. And it's the first thing about the relationship between students, that we should exposures to the real relationship between the two sides of the cross-section, it becomes the same way that the relationship is the best tool. nicht genau wie dieses geld, die es ein bisschen kärggeweisen, weil wir einen sehr kärggegennen weil wir die Unterschiede an. Sie müssen viel zu sagen, also die Haupt Hungern, die ausgewöhnung sind, stelle auf die der Kochtung. Von daher bei einem einigen reagierter ist, dass die Handwerk, die du so glaubst, aber die ich glaube, dass man überhaupt sagen, dass man sich hier sehr arbeitest, bringt, konkret zu sehen. Ich habe die Maske, ich war zu arbeiten, dass die Erster ist, die hier eine gewisse Art und die Erster sind, die man hier zu sehen, auch sich nicht alle, dass die Erster ist. Wir haben hier ein paar Ersterne, dass man ein beautifuler Gebet hat, dass man es umgekehrt zu erkennen. Er hat einen kleinen Gebetaktion zu戴, hat man eine Karte von steinlichen Gebetaktion nicht gerecht. Sogars macht man hier realen, was man hier in diesem Gebetaktion hat und Und wenn wir uns doch etwas, die auch sehr motiviert sind. Was ist das? Was bedeutet das? Was ist das? Was ist das? Was ist das für die Klinik? Was hast du das Gefühl? Ich bin, um die Klinik, das ist das an die Anwendung. Die Klinik hat mich immer eine Erachtung und es ist das auch ein Erreich. Aber wenn du auch der Klinik ist. Und wenn du auch der Klinik ist. dass wir die dass die Welt der eine andere Zeit mit einem anderen Tag-Ger-Liber. Und das ist, dass der eine andere Zeit einigarteskündig ist. Es ist ein sehr einigarteseses, was für ein einigeres, dass eine andere und andere jungen, eine andere andere jungen ist, einigeres Menschen sind. Das ist aber auch eine gewisse Jean-Liberg-Liberg-Liberg-Liberg-Liberg-Liberg. Was ist das für die Möglichkeit, was man zu verlieren, was man zu verlieren, was man zu verlieren. Եվ աստիոկ այդ կոնպետ է նջաններ, իսկապես այն են, ինչ ուզում է գործադում մեզանից։ Բայց այդ շինությունը ձեր պրեզենտայն տայ սկիզն այդ շատի դակշկիր երտ, Ich habe das irgendwie ein, was ich dauer? ... ... ... ... ... oder die Wir denken, dass die Leute, die Leute zu sagen, dass sie sich die Leute zu sagen, dass sie sich die Leute zu sagen. Aber wie soll es das denn mit dem Ausland sein? Ich möchte das so. Weil die Auslande muss man sich auswählen. Die Auslande müssen sich auswählen. Die Auslande muss man auswählen. vomm ist eine solche Möglichkeit, wo die Asaphose einwerfen. Ansofern die Asaphose auf ein Loch ist verumpt, werden wir das mit dem Osanow-Valscher zusammenhren. Weil die Asaphose-Valscher zusammenhren müssen, die Asaphose-Valscher heruntergehende die Asaphose-Valscher zusammenhren. Sohoho-Valscher, was die Asaphose 애feriert. Ich würde gerne zurückkommen zu den Punkt, die mein Kollege auf der Seite gemacht hat. The whole assessment process needs to look at the line, at the cycle of definitions that go on. You start off with an idea, goals of a program, and those goals translate into modules, the ECTS modules, and that translates again into how you organize, how you create the individual teaching event in the auditorium, and that again translates into how you assess how students achieve those results. And at the end, you have to have an assessment of the outcomes, and that will have to be translated again into, if necessary, changes of degree view. You have to have cycles on all levels, but you also have to think of it as a chain of pearls that lead from the beginning to the end to the learning outcomes. And what I also appreciated very much was that you distinguish between professional education, which is necessary, and if you have translators, you cannot do what you like, you need to address those issues needed in the sector, but the university has a larger mandate in the society that needs to generate the people that are capable of taking leadership, of taking responsibility in various disciplines, and that is not a professional education, that's a broad and general education. And you need a discussion inside the university, inside the high education institutions, but also inside the society, what kind of learning outcomes you expect from that kind of education. Yes... guests give a feeling as a natural lesson as you lead to your concept. Good, avery inspiration. Yes, I think it is very specific, especially if you background the last lesson for years and months but you can see that you have those skills within the world as well as the beginning of the way you lead among the Voc some skills you now are funcióners. Das heißt, dass die Menschen die Menschen mit den Menschen auswählen, die sie mit den Menschen auswählen, die sie mit den Menschen auswählen, und die Menschen auswählen, die sie mit den Menschen auswählen. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich wollte etwas sagen, zu dem ich meine Kollegen auf der Seite sagen. Natürlich. Wir haben, wir haben, wir haben, die distinction zwischen professional education, und was ist in higher education in Belgium, in den Colleges, und die Universität, und die Universität education. Und ich, ich, completely agree mit Ihnen, aber, nevertheless, ich möchte sagen, Sie haben gesagt, Leadership. Ich bin also convinced, dass, wenn Graduates von Universitäten, und they know very well, they are very skilled in leadership, das ist also highly appreciated by, by the employer. So, according to me, to me, of course, the professional education is, technically, technically training, but, skills, as you indicated, like leadership, and, and, and be able to, to function, teamwork, and, things like that. According to me, they are, they are also needed for, university students, and they are also appreciated, by, by, the employers. And, the experience I have, is that I am, in a, technological oriented, faculty, where, the link, although, it is a university, where the link, also related to, applied site, research, the link, with industries, is, is very strong, but I would also, like to invite universities, who are involved in, pedagogics, and things like that, or other subjects, to think over, to think over, and, to, to, to think over, what, the work field, expects, from my graduates. I think, it's a very interesting, a very interesting, exercise. And, of course, this can be, at a higher level, at a higher societal level, than, than preparing, uh, professional education, I agree. But, I think that, all curricula, at the university, also those, who are not, directly, preparing, for, jobs in industry, engineering jobs, for, for example, but all jobs, in fact, should think over, what does, the work field, in general, expect, from my graduates. of the works! Of course! Of course! Hi, I'm a person, you know, my son has done it! They're, in general, the work field I'm not involved in. The work field I'm not involved in, in general. You know, if you get most of the people what things do you want to say? You say, how many African people do you want to say? whom I say? Ich denke, dass wir die dass wir die dass die Industrie der Reise der Reise ein bisschen entspricht, weil die Reise der Reise der Reise war, dass die Reise der Reise einbricht, die 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 Reise der Reise verbrechen hat. Die Reise erinnert sich in den Reise und die Reise der Reise. Wie geht es um die Reise? Ich bin und ich habe gerade aus dem Reise. Ich habe eine Reise, dass es ein Reiseur zu verbrechen. Für mich ist er das ein bisschen gerät und wir uns die Musik wie ein ein iaitu, es gibt einen ämrika. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Musik. Ich habe eine Art und ich danke mir, aber ich werde einen Tartout und habe keine Ahnung, ich habe zu nicht bekommen, meine Ahnung ist. ... ist diegange, diegange, diegange auch so weilen. Was ist diegange? Nein, wenn diegange, dass diegange auch so weilen, diegangellte Menschen sind, die vielleicht heiratzen, diegangegange, dächtigen, diegangegange... ...de Tiefung, diegange... ...d Reeves dann, dass du dich Give. Wir müssen diegange, diegange in einem anderen Satz-Tiefelven. Und wie gesagt, den ich haben diegange roku. Denn ich habe gutes Geld. Ich habe das Geld gemacht. Ich habe das Geld. Es geht ja um, wir sollten es darauf hin, wenn es ein Ausländer gibt, er in dem das Ausländerung war, die die How die grippe genießen. Aber die blow ist ja so, dass die Arbeit und die Arbeit ausländer. Aber die wachsen sind die einen Abschluss. Die kreatur sind alle für die fünf Jahre zu überhren. Man kann sich die die Arbeit, wer es zu überhren, Es gibt auch die Einwanderung, die einwanderung, die einwanderung, die eine andere, die die einwanderung, die einwanderung. von diesen Karten, dem man nicht wirklich gut zu sind. Aber wir tun uns eine gute Strategie zu finden, die es geht um den Exporten zu ver печieren, dass man eine Karte interessiert, dass wir die Af quelque grad sind, dass wir die Frage und die Angelegenheit, dass man eine Ausstiftung investiert. Das sagt, wir sind 100 gitarren, Kurszuns diese Fragen. Ja genau. Well, wir이라, wir wollen… ... dass du ein Komendertes vor allem ist, dass wir die Kurschrafen von der Kurskissung haben. Wir wollen aufgrundедisch ein von der Kurve pasauliche. Wir wollen aufgrunds eines der Kurve comply, dass wir die Kurschrafen und die Kurschrafen und die Kurschrafen haben. Es ist so ein paar Jahre, wir können wir die Kurschrafen haben. Aber wir wollen die Kurschrafen, dass wir die Kurschrafen haben bei der Kurve für die Kurschrafen, dass der Kurve kommen ist. Wir können aufgrund des Kurschrafen die Kurschrafen. Das ist so, die Kurschrafen, und die gute Zeit, die das die anderen, die die ihre ihre Mehrmacht anwenden, nichts zu tun, die die ihre Eigenregenung, die 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 in den Kontakte, die die das auch nicht. Aber die 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 Annegüste, die 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 erste, die die in den Kontext gibt. Weil es die 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 neuen Stuhl-Jagg-Gescheid hat. Die 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 wir im Titel-Jagg-Mach-Gescheid in den Karten, die 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 in die Garten, die 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 in die Welt. Die 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 in die Welt, die 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 in den Kontext ist. Also, wir tun es in den Flzte, wir tun es nicht so, dass wir in den Flutet ist, dass wir uns nicht engl ist. Ich habe ein Gefühl, dass wir uns so, wenn wir uns nicht ein bisschen interessieren und ich nicht ... wo er sagen, der Herr, ich will den die gut zu tun, oder die ich will den die wirst du machen. Es geht um nicht, ich will den sehr vorauswärten ein 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 du hast gesagt dass du dein das du du Ich werde es genauer, dass Sie die Karte abgeben können. Meine Begrünen, meine sehr viele Begrünen. Ich habe es sehr, dass ich einen großen Begrünen und einen großen Begrünen habe, wie ich den Auslanow und die Auslanow-Zachose habe. Ich habe es ja auch einen Begrünen. Wir haben die Begrünen, dass man die Begrünen hat. Das heißt, die ich vom Naja-Akt大家好 besucht. Ich sage nur, dass Sie das wie das im Naja-Aktay-Aktay-Aktay, im Moment einen Naja-Aktay-Aktay, dass Sie den Naja-Aktay-Aktay-Aktay-Aktay gemeinsam sagen. Ich sage das, weil wir in der Naja-Aktay-Aktay, dass es eine Naja-Aktay-Aktay-Aktay-Aktay ist, was ich weiß, natürlich nicht. Wir haben auch, wenn wir einen Naja-Aktay-Aktay, wenn wir einem Naja-Aktay-Aktay-Aktay-Aktay-Aktay-Aktay, bzw. wir werden eine Naja-Aktay-Aktay-Aktay. Ich habe einen nämlich auf dem Weg gebracht, dass ich einen einen handel- und nicht so, dass ich das nicht gewartet, wie ich und ich habe das nicht gewartet, dass ich die Stärken- und 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 Ich habe mir gedacht, wie ich es erzähle, wenn ich mich als ich, wenn ich sie mit dem Ich habe mir angeln, dass er im Leben. Es ist das, dass man die Professionale nennen, wie man die Professionale nennen. Wo ihr die Professionale nennen, was man zu tun, wenn sie für den Kringer-Kanzler hat. Wir brauchen die Person nicht. Wir haben die Erfahrung, aber nicht die Karriehr-Agen-Dronin. Wir haben sie ein, ich ungeheb, ich singe, ich singe, ich singe, ich singe, ich singe. die ich als ich an. Aber wir haben einen Ort aus dem Fragor, der im Fragor, professional, der Fragor-Hebrätser-Hebrätser ist, der sich von Fragor-Hebrätser-Hebrätser-Hebrätser-Hebrätserstatt. Vielen Dank, aber dasủgel ist eine Frage zu sagen. Begräts Sie sich zum Fragor-Hebrätser-Hebrätser-Hebrätser, man hat sich eine Umweltgeschosser bois gekämmt. Man hat einen eigenen Einzelnen Fliege aus. Aber du hast du schon gesagt, du hast mir ein Geblätsergeschicht. Ja, du hast du gew nome. Weil ich so viel zu tun, dass ich das nicht mehr verraten habe. Ich mache die Möglichkeit, dass ich hier ein wenig informiert habe, dass ich nicht mehr so viel zu tun habe. Ich glaube, dass ich nie so viel zu tun habe. Ich sage mir, die eine Frage, dass die Polizistische hier die Wunschluss nicht so viel zu verletzen, wie du jetzt die Wunschluss und sie so viel zu verletzen, dass ich mich nicht mehr davon auswählen habe. Aber wenn du es selbst nach einem anderen und so viel zu verletzen, du wirst du und dann mit der Wunschluss, sondern wir haben das sehr viel zu verletzen. Wenn du es nicht mehr so viel zu verletzen, dann wird es nicht so viel zu verletzen. Das ist natürlich eine sehr individuelle Appreciation by the employers To give you an example Last summer there was Something at television during the news And there was an employer who came in the news And he said, I never employ the students with the best grades I even never employ the students who have never September examinations Probably this was saying a lot about his career Academic career when he was studying But just to tell you And there I agree That is that normally This is for employers Not the most important thing What is the most important thing For them is that When they see that the student graduate from We are here now From the American University In Yerevan With that speciality That employers have the confidence That this is someone Who has the competences And the abilities To work properly In my company So it's a kind of trust And confidence That they give To the curriculum That you set up And to the diploma That you award And if a student I know that Is having 56% marks Or 95% I know that other people Have other opinions For example that they don't want to be treated By a medical doctor Who has only 56% But in general My experience is that Employers look You are graduated from that university In that speciality Okay, we know We have confidence We know that this is a good diploma That this is a good curriculum That this is A reliable university And a reliable diploma That is what The most important thing On the other hand What I want to add Again Your remark Is That you have to set up Grimia Or you have to set up Structures In which There can be Talks between employers And people Who are responsible For the curricula To exchange Ideas To exchange Experiences And to talk about this For example That an employer Gets the The possibility When he has Three or four Students Who graduated From your university And they do not Match exactly His expectations That the employer Has the possibility To explain to you To the chair Or to your dean What according to him Is the problem And when a lot of employers Do that Or some employers Do that Or some people From the work field Do that That the dean Or the head The chair The head of the chair Will be able to To have a global picture Of what is the position Of his curriculum What eventually He has to He has to change And again I want to repeat Myself You have to go into Discretion The work field Has to go into Discretion With the academic field But on the other hand I repeat myself The academic field May not be A diploma Producing Company Just To 100% Fulfill All the needs From The From Industry I think The truth Is somewhere In between That is By A The 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 Es gibt den Und ich will, dass wir uns die Vorbereitung kommen, weil wir uns da noch nicht, dass wir uns die Vorbereitung kommen, dass es um die Vorbereitung kommen. Wir müssen uns die Frage stellen, um hier zu versucheln, dass wir die Erwerbegrönte haben, dass wir die Frau im Moment kürzen. Und die Frage, wie wir daraufhin, dass wir uns die Erwerbegrönte haben, dass wir die Erwerbegrönte haben. Ich habe damit gesagt, dass die Frau, dass die Vorbereitung der Erwerbegrönte, Und diese Frage, die die Technik-Bürgerinnen und die Technik, die die Technik-Bürger auswählen, dass der Technik-Bürger der Technik ist, dass die Technik-Bürgerin die Technik sehr gut ist, der Kraft bis zum anderen die Widerstand und die Widerstand werden sie mit den Widerstandel-Bereich oder die Widerstandel-Bereich die eine solche Widerstandel-Bereich und die Widerstandel-Bereich wie das andere Widerstandel ist. Ich möchte es aber, dass Die Anflugküren der Kolben der Kolben die das Ziel ist, dass sie die Kolben zu verbrechen. Es ist sehr wichtig, dass die Kolben. Wir haben die Kolben der Kolben, das ist in der Kolben der Kolben, der Kolben, der Kolben und der Kolben ist, dass die Kolben die Kolben der Kolben, die die Sie, die in der Führung des Gewohnstattes werden, die 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 Gewohnstattung im Kreise des Gewohnstattes geben. Dies ist nun aber auch ein bisschen die Gewohnstattung. Ich sage Ihnen, dass Sie heute hier sind. Ich möchte Sie, Sie sind in diesem Zeit genommen, Sie haben jetzt schon für deine Gewohnstattung, aber ich möchte meine Töne die Gewohnstattung, weil ich die Gewohnstattung, die Gewohnstattung der Gewohnstattung, Wir haben eine bessere Begründung. In der Sitzung, die die Menschen in der Sitzung machen können. Die Menschen sehen nicht so, weil sie die Menschen in der Sitzung sind. Das ist so, dass die Menschen in der Sitzung die Menschen da sind. Die Menschen machen die Menschen da. Die Menschen werden die Menschen nicht mehr durchreicht. Der Ortjock, die Kriterien sei es zu erzeugen, haben die Reform. Die Kriterien die Dritten im Unterrichtung der Kriterien die offensicht, haben gesagt, dass die Kriterienstände von Anleitung nach Publern und des Bericht missions haben, die die Kriterien der Kriterien geöffnet haben, mit dem in einem Jahr die Kriterien auf zu erzeugen. Der andere Kriterien in Paris, die in der Bundeslande aus der Kriterien ...we include all-time Экадемиalkу Алma�. Aber den weintang drift. ...we don't cover this, in case we don't have to. Deswegen, wenn man once ein B stoked deathbedscht, dass man einen Börener geben kann, dass man noch einen Börenerd. Deswegen gibt es jetzt einen Börenern, wenn man den Börener in die Regel, ...we muss man über die Hremskarte machen. wenn er eine kleine Anlage mit einer Dนน beacht, dass wir eine neue Anlage der Dörfer im Hintergrund, wir möchten die Dörfer und die Dörfische auswanez und wir müssen das hier alles auswenden. dass wir ein paar Dörferinnen und Dörfer haben, die sich auch gerne auswählen in Deutschland und in der Dörfere zu schauen. Wir müssen die Dörfer. Wir müssen die Dörfer aufwählen, die Dörfer werden eine sehr gute Götet, Ich denke dir, dass ich eine Dörfer-Dörfer auswählen. die Geschwindigkeit durch die Ausstattung durch die Ausstattung auf die Ausstattung. Es gibt keine Ausstattung, die ein ein entsprechender Mechanismus. Warum haben Sie die Ausstattung? So, die Ausstattung für die Ausstattung. Ich habe die Ausstattung, die ausstattungen und die Ausstattung durch die Ausstattung zu können. Er ist eine Frage, dass man die Bühne den Bühnen zu führen. Er hat einen Punkt für die Bühne gestellt und überreht. Er ist eine Frage, dass man sich hier in einem Anwäste Generation heraus meets. des Ich wollte nur einen kleinen Kommentar machen. Was wir hier sprechen, und ich kann mit dem Panel sagen, ist, dass die Universität die Studierenden mit der Statistik, dass er die Universität hat. Und das ist ein bisschen wie eine Final-Assassion. Aber eigentlich, was die Employer wollen, ist die Abilität und die Abilität der Studierenden zu lernen. Denn wir haben nicht mehr, eine Arbeit für Leben. Wir ändern. Every 2, 3, 5, 10 Jahre, depending auf wo wir arbeiten. Wir müssen und flexibel sein und lernen. Und ich denke, oft, die Employer suchen für diese Abilität. Und das ist, was wir wahrscheinlich, die Abilität zu lernen. Die Abilität zu lernen. Wie reflektiv unsere Studierenden sind. Weil wir die Abilität zu lernen, die Abilität zu lernen. Die Abilität zu lernen, die Abilität zu lernen, zu lernen. Und diese Abilität zu lernen. Denn das ist die Abilität der Leben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yes, I want to react in two things. In your reaction I found it very, very interesting what you were telling. Very interesting. You said, I know when a student is coming from the American University, what I can expect from him. I know when a student is coming from the Linguistic University, I can know what I expect from him. This is what I was, this is what I was meaning. And on the other hand, Robert, please apologize. But I feel still this academic opinion, which says, okay, what we are doing is okay, is perfect, and the best students are the ones who perform best on the labor market. This is not automatically true. And that is why I ask the universities to go into conversation, to go into consultation with the labor market, and to look for this ability to learn, as you have expressed it. And it's not the one with the highest marks, who automatically has the best ability to learn. And I know that this is a change of the mind in the academic world, which is not introduced in one year or in two years, it takes time, I will, yeah, that is what I wanted to add to this, yeah. I might be a little bit more than that, but it's just one of the most important parts. Because I'm concerned about my work, it's hard to tell me that the people are running. That's right, you have your own life? No, it's not the nature of the human life. But it's not the nature of the human life. But there's a nature of the human life… The nature of the human life is the human life. No, it's not. That's right. My culture of the human life is the human life, but the human life doesn't exist. Why do you think it's not? Ich will nicht, dass wir uns unter anderem schießt, um ein besonderes Kind zu respektieren, irgendwo zu von der katelle Zeit den Rettung. Ich wusste es, ich hatte auch nicht mehr, dass ich mich da in diesem Bereich nicht mehr so tun kann. Ich habe am besten, wenn ich mir nicht mehr so tun, dass ich das Geld nicht mehr so tun habe. Ich habe mich nicht mehr so tun, dass ich mir einigeres Gewalt ist. Das ist auch das ein Thema die Umstände, wo ich persönlich funktioniert, wenn ich einen Raum gehör, in diesem Zeitpunkt ein schwieriger ist, Also habe ich die Umstände ausrichten, dass wir auch einigen die Umstände haben, um es ist ein das euremmerige Tätig, wie man das überhaupt braucht. 2. Wir leiden viel Zeit zu erzählen, weil du bist, wenn du hast, wenn du das nicht so schnell ist, dass du das fest, dass dieses Kind nicht so wie ich herumschlussend. Ich habe diese Kindheit nicht so gut, dass ich nicht so viel mit dir herumschlussend. Aber ich weiß nicht, dass das Kind ist. Aber ich weiß nicht, dass das Kind ist. Nein, ich weiß nicht. Es ist eine große Meinung nach, dass du es nach Tourismus gesagt hast. Aber ich weiß nicht, dass das Kind ist, dass das Kind ist, dass der Kind ist, dass das Kind ist. Warum haben die Kinder gesagt? Und warum die Kinder? Ein paar Kinderlern? Ich glaube, du hast es einen großen Unterschied. Daher hast du dich gesagt, du hast du? Das ist ein großes großes… Es ist ein großes großes… Es ist ein großes großes… Ich habe mir gedacht, dass die Kinder, die Kinder oder die Kinder haben, die die Kinder, die Kinder sind in diesem Bereich, sie können, was ich. Ich habe auch dieses gute gemacht. Es gibt es auch einen schönen Tag. Und es gibt es, dass die Menschen in der Zeit und die Menschen die Menschen die Menschen in der Zeit sind. Und die Menschen, die Menschen nicht die anderen, die Menschen in der Zeit sind. Die Menschen gibt es einen öffentlichen Stabilisier, die die sie sehr gut ausfühlen. Denn sie hat sie mit ihren Stabilisierenden Stabilisier. Aber ich glaube, es ist die Frage, dass sie die Menschen in den Stabilisierungen aus der Zeit sagen. Und die Menschen sagen, dass sie auch diese zwei haben. Ich weiß nicht, dass wir so viele Formatungen haben, dass wir so viele Formatungen haben, dass wir so viele Dinge aussehen. Wir haben hier eine Art und Weise. Das ist der Physikalische Kultur. Ich bin der Physikalische Institut. Ich habe hier eine Art und Weise. Ich habe hier eine Art und Weise gearbeitet. Ich wollte mich nicht, dass ich hier eine Art und Weise gemacht habe. Er hat uns aus dem die Großkommarer, die die Großkommarer der Einstunden haben. Wir haben die Großkommarer eine schöne Großkommarer. Die Großkommarer sind in diesem Jahr zurückgelegt, die die Großkommarer der Großkommarer sind in diesem Jahr 60. Das ist wahrscheinlich nicht so, wenn es um ein ein bisschen mehr ein bisschen in den Fach. Ich habe mir gesagt, dass nicht mehr die Höfer ein glücklicherer Deutsch. Es wurde dann über Sachsen. Ich habe das Gefühl, dass ich dich ja erst am besten zu успех. Ich weiß nicht, ob ich das selbeYea da erst einmal. Ich habe mich, dass die Menschen die offiziativbestlten, dass sie das richtige Leben in der Zukunft haben. Vielen Dank. und die unter dem in einem schoss muss gehen in einer beraten werden weiter so es war ist das Herr ich zu sagen ich kann ich nicht was verdient wenn du du ich wenn wir ein Geld kostenloses, wenn wir einen Geld kostenlosen und dann vielleicht ein Geld kostenloses. Das ist nicht richtig. gownlöser 250 % oder 250 %. Wenn wir einen Geld kostenlosen und ich das Geld kostenlosen, dann kann man es 1000 Euro kostenlosen. Ich habe es zu ein bisschen das Geld bekommen. Ich habe es aber nicht eine Art Geld. Ich habe es gesagt, dass wir eine Geld kostenlosen, Ich will nicht, dass man die Dinge anbieter ist. Wenn man sich die Dinge anbieter, dann ein bisschen zu sagen. Das ist so, dass man die Dinge anbieter. Ich muss keine Dinge anbieter, wenn man diese Dinge anbieter hat. Die Dinge anbieter ist eine andere Sache. Ich kann das einbieter, weil man die Dinge anbieter hat. Das war eine sehr, sehr riche Diskussion über einen sehr schwierigen Thema. Und ich denke, oftmals, wir suchen für eine Magic Bullet, eine Antwort auf diese Frage, und es ist nicht nur eine. Ich möchte uns ein bisschen über den Fakt, dass wir nicht nur Produzieren, um, zu gehen, um, zu den Workforce. Wir sind auch, um, zu produzieren, eine Generation von Leuten, die die Region entwickeln können. Und das ist nicht nur über Filling Spots in den Workforce und wie wir assessen das. Wie wir schauen, unsere Graduaten und sagen, unser Diploma hat Integrität, unser Diploma hat Qualität. Und die Leute, die das Diploma haben, die das Diploma haben, gehen in die Lande, um nicht nur für Jobs zu erfüllen, die natürlich auch die Hochschulen können, auch für eine gute Arbeit mit, aber auch für die Lande und die Lande in die Lande in eine Weise, die wir finden ist, und ich denke, dass wir, was das ist, ist sehr unterschiedlich für unsere Institutionen. Und das ist, glaube ich, was macht die Lande so rich, weil wir so viele verschiedene Institutionen machen, sehr unterschiedliche Dinge. Aber das ist eine Frage, die ich denke, wir müssen, um, in unseren Institutionen zu denken, und auch als eine Gemeinschaft. Das ist etwas, was wir noch nicht erwartete, aber ich möchte, dass wir ein bisschen über den Workforce denken. Ich habe eine Nachkollung. Hier ist man hier drin, wie ich sie sind. Wir haben hier noch nicht. Wir haben zu etwas, dass Sie nach einem einenельзя, die Händen von einem Teil einer Händen wir, einerseits mit einer Händenwirt. Ich habe Angst, dass wir eins zu machen, sich die Händen zu vermitteln. Das ist das, dass wir ihnen zu Motivieren. Alles diese Händen, die Händen, in diesem Jahr die Händen, dass ich ein paar Händen zu entschanter, haben, die Händen zu gewinnen, die Händen zu haben. Wir sind ein paar Händen, und die Händen zu vermitteln, wie sie eine Händen. Die Frage ist es, wie ich das zu sagen? Ja, ich weiß nicht. Warum? Es ist ein anderes Thema. Ja, ich habe meine Frage über die Ausstellung der Ausbildung. Ich habe meine Ausbildung von Ausbildung und Ausbildung. Ausbildung von Ausbildung und Ausbildung, die Ausbildung haben. Ich habe alles mit dem die Gesellschaft nicht gescheitert. Ich bin die Gesellschaft nicht gescheitert. Aber ich bin die Gesellschaft nicht der Gesellschaft aus. Aber die Gesellschaft sind so weit weg, und die Gesellschaft nicht immer wieder in der Gesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank. und dass die Veranstaltungen der Zweig- und die Veranstaltungen haben, wie im Beispiel durch die Veranstaltungen verstanden ist? Das hat gesagt, dass praktik-Anbarker mit einem großen Kurs übers servi�? Das am Iberiteter hat ja das Thema, dass die Praktik-Anbarker selbst lehr nicht funktionieren? Ich weiß schon, dass die Praktik-Anbarker durch die Positionen zerstört, dass das für ihre Anwенныхkeits zu erreichen. Und dann hat es dieses Thema von Kalkhan, weil die Riede zur Uhlösung sehr gut das eine Art und Weise beobacht sind. Ich werde ein Beispiel mit dem Widerfügel cerumen, dass ich in Kalkhan sagte, dass die Kinder die Kinder nicht zu verhalten haben und die Kinder nicht zu verhalten haben. Herr Reinhard, die Kinder zu verhindern, was nicht mehr erklärt, denn die Kinder die Kinder sind vor allem die Kinder geholfen. Wenn die Kinder die Kinder nicht mehr zu verhalten, wir haben die Kinder nicht mehr zu verhalten. Deshalb noch so wie es sieht. Wir wissen nicht, wir versuchen zu einem anderen Bezug auf die Kinder-Gnerin. Ich habe Angst, dass wir das neue Grenzen, wie die Grenzen der Grenzen von einem kleinen Grenzen hat und der Grenzen hat, der Grenzen hat und der Grenzen hat und der Grenzen hat und der Grenzen hat. Die Grenzen ist sehr wichtig, dass die Grenzen sind, die Grenzen sind und warum wir sie auch nicht bewussterben. Und du hast den Grenzen, dass die Grenzen ist. Hier in diesem Fall, dass es die Grenzen ein wenigstenswert ist. Er ist das eine große Herausforderung, die wir in der Gesellschaft haben, so können wir die im Zusammenhang mit den großenen ausückeln. Und warum ist das eine andere Erstellung? Man muss sich das eine große Rolleierstelle ausückeln finden, dass wir auch die Menschen ausückeln, die diem die Abwärterung, die einsteigerung, die eine andere. wir wollen einen neuen Angriff in der Gesellschaft und die Praktik und die eine Art die Gesellschaft. Ich komme dir vor, dass wir die Leute versuchen, dass die Leute zufrieden. Und wenn wir die Leute im Auftrag gesagt haben, die Leute zufrieden haben, wir müssen die Leute, die Leute zufrieden und die Leute zufrieden und die Leute aus der Gesellschaft. Also sind wir, wenn wir die Menschen mit dem Menschen in einigen Leben erreichen, haben wir, die Leute zufrieden und die Leute zufrieden. Ich bin der Karte von Karte von Karte von Karte von Karte aus der Karte von Karte.